Hallo zusammen, wir wollen, dass die Hunde den Zielgeruch Mensch verfolgen. Nach der Kochermethode nutzen wir verschiedene Ausbildungstools. Wir schaffen uns Grundlagen. Hier zwei Videos verschiedener Hunderassen. Im ersten ein Schweißhund und im zweiten ein weißer Schäferhund. Die Ausarbeitung einer Großspur können wir grob in drei Phasen unterteilen. Zum einen die Auffindungsphase, in der der Hund den präsentierten Geruch differenzieren muss. Je nach geruchlicher Belastung der Trainingsörtlichkeit ist es in Metern ausgedrückt um die 60 bis 80 Meter. Eine Länge, die der Hund benötigt, um die Geruchsspur sicher zu finden. Ist der Hund sicher, arbeitet er die Geruchsspur mit den Flurigen Negatives druckvoll aus. Die Anfangsphase zeigt sich bei Krümel in einer ruhigen Ausarbeitung. Sie gleicht die gelegte Geruchsspur mit gleichbleibender Körpersprache ab. Es folgt das deutliche Einklinken und der Druck auf der Leine verstärkt sich. Krümel ist sicher auf der Geruchsspur. Wind- und bauliche Veränderungen auf dem Laufweg des Runners beeinflussen das Arbeitsverhalten des Hundes. Geräusche durch einen schlagenden Bauzaun auf der rechten Seite und die vor Krümel wehende und flatternde blaue Tüte holen den Hund aus der Fokussierung. Wie sich der Cent in diesem Bereich der Örtlichkeit verteilt, wissen wir nicht. Krümel zeigt es uns durch ihre Negative. Die Goalspur folgt dem gepflasterten Weg auf die zu sehende Straße vor uns. Die Straße wird überquert. Zielsicher steuert sie den vor uns zu sehenden Heckendurchgang zum nächsten Gehweg an. Dort haben wir mit anderen Hunden vorher gearbeitet und sind mit der ganzen Gruppe unterwegs gewesen. Wir sind somit auf älteren Spurlagen unterwegs. Es werden die vorher genutzten Verstecker abgeglichen. Was Krümel wahrnimmt und wie sich der Cent verteilt, wissen wir nicht. Das Arbeitsverhalten zeigt wenig Unterschied zu dem vorherig gezeigten. Unter anderem sehen wir Floring-Negative, die uns andeuten, auf der Geruchsspur unterwegs zu sein. Mit tiefer Nase gleicht Krümel den Laufweg ab, zeigt uns auf dem Gehweg weiterhin Floring-Negative, kontrolliert linksseitig die Grünfläche und orientiert sich weiter auf dem Gehweg. Kurz zeigt sich durch Heben des Kopfes, dass sie etwas wahrnimmt. Es kommt mehr Druck auf die Leine. Die gezeigten Floring-Negative werden intensiver. Es folgt noch eine kurze Kontrolle der dortigen Spurlagen, die wir von vorherigen Aufgaben dort gelegt haben. Der Fußweg auf der rechten Seite wird kontrolliert und mit einem Negativ abgeglichen. Sie geht selbstständig zurück auf den Gehweg. Es folgen bis zur Einfahrt noch einige Floring-Negative. Im Bereich der Einfahrt hebt sie dann den Kopf, grenzt den Zielgeruch ein und findet trotz starkem Wind dort den Runner. Im zweiten Video zeigt uns Annie, wie sie den Laufweg des Runners auf einer großen freien Asphaltfläche bei starkem Wind ausarbeitet. Der Wind kommt uns entgegen und es gibt im Verlauf der Großspur ältere Spurlagen. Sie gleicht in der Anfangsphase die Altspuren ab, trennt sich selbstständig und zeigt in einem Halbkreis, wo sie den frischsten Cent wahrnimmt. Es folgt ein deutliches Einklinken dort. Der Leinenzug erhöht sich, Annie nimmt uns mit auf die Spur. Mit tiefer Nase und gezeigten Floring-Negativen gleicht Annie die Geruchsspur auf der grünen Fläche ab. Es zeigt sich, dass Annie sicher auf der Geruchsspur unterwegs ist. Hochmotiviert, konzentriert und fokussiert folgt sie der Spur bis zur Asphaltfläche. Informationen, die uns hilfreich sind, um eine Geruchsspur beschreiben zu können, erlangen wir nur über die lange Leine. Da sehen wir die natürlichen Verhaltensweisen sehr deutlich. Beim Wechsel auf die Asphaltfläche zeigt Annie Trailkreise. Die Unterschiede, die sich durch Wind- und Bodenwechsel ergeben, zeigt sie damit deutlich an. Sie zeigt durch weitere Trailkreise, wo keine Geruchsspur ist. Annie startet in die freie Fläche, zeigt durch Körperhaltung und Headturn die Trailrichtung an und geht aufgrund des starken Gegenwindes erneut in einen Trailkreis. Sie grenzt den vertragenen Geruch nach links ab und klingt auf der Asphaltfläche schließlich ein. Der dann folgende Trailkreis zeigt uns nur bedingt, wie weit der Geruch des Runners auf der freien Fläche vertragen wird. Mit tiefer Nase sucht Annie den Trailverlauf. Systematisch kontrolliert sie den linken Bereich der Asphaltfläche. Durch die Ausbildungstools der Kochermethode fokussieren wir den Hund auf die Geruchsspur. Schwierigkeiten. Hier das Arbeiten gegen den Wind trainieren, heißt dem Hund über Erfahrung die Möglichkeit zu geben, seine Fähigkeiten zu nutzen. Hohe Motivation und das konsequente Training von Grundlagen ermöglichen uns, den Hund an der Leine zu verstehen. Wir können den Hund anschließend durch seine natürlichen Verhaltensweisen lesen. Immer mal wieder zeigt uns Annie das Einklingen auf dem zu sehenden Bitumenstreifen. Sie folgt der Geruchsspur. Durch weite Flowing-Negative nach links grenzt sie die Spurlage ab und orientiert sich an deren Verlauf. Die Ausarbeitung wird sicherer und für die Hundeführerin einfacher zum Verständnis, wie sich Annie in einer solchen Situation verhält. Dass auf der Großspur bleiben, zeigt Annie nun länger, wird jedoch durch ältere Spurlagen in ihrem Arbeitsverhalten wieder gestört. Konzentriert folgt Annie dem Bitumenstreifen. Anschließend auf den älteren Spurlagen zeigt sie uns einen Trillskreis. Selbstständig grenzt sie für uns deutlich sichtbar die Richtung rechtzeitig auf die Grünfläche ab. Die Ansätze mit tiefer Nase zu arbeiten, zeigt Annie deutlich. Jetzt müssen diese Fähigkeiten gefördert werden. Durch die folgenden Wiederholungen wird ihr Erfahrungswert gefördert, um Annie sicherer werden zu lassen. Zum Ende der beiden Trail-Verläufe folgten die Intensities, um die Motivation bei der Runde hochzuhalten. Zum Ende der beiden Trail-Verläufe